Meine Lieben, heute machen wir ein schnelles Kartoffelkartei. Für unser Kartoffelkartei haben wir einen speziellen Trink, mit dem es besonders cremig wird. Und zwar haben wir den Trink von Herrn Björn Freitag gelernt. Wir mischen hier mit Kokosmilch und Sojamilch. Brauchen wir das Sofeln? Nein, wir geben die Kartoffeln rein. Wir geben hier einmal Sojamilch und Kokosmilch. Da geben wir jetzt die Kartoffeln rein. Die Kartoffeln habe ich einfach nur roh geschält und in so dünne Spalten geschnieden. Die Kartoffeln kommen jetzt hier rein. Die brauchen wir schon mal. Das zweite auch noch. Das sind dann 800 Milliliter Flüssigkeit. Da könnt ihr aber auch jede Pflanzenmilch nehmen. Ich mische gern Kokosmilch und Sojamilch für das. Und warum wir jetzt zuerst einmal die Kartoffelscheiben aufkochen da drinnen, ist damit sie die Stärke in die Pflanzenmilch rein saugt, auslöst. Und dann wird der Kartoffeln besonders cremig, besonders schlutzig, besonders fein. Wir würzen das Ganze jetzt mit unseren Hefeflocken. Dann ein bisschen Muskat. Dann ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen am hinten Himalayasatz. Ich glaube, das müssen wir auch wieder mal nachführen, Schatzi. Ja. Ich warte jetzt noch zwei, drei, vier Minuten, bis das einmal aufkocht. Und dann bin ich wieder bereit. Jetzt hat es einmal aufgekocht. Dann können wir hier abklären. Dann habe ich hier einen veganen Reibekäse. Da mischen wir einmal fast alles runter. Da kommt wieder Dosierung, so wie ihr es wollt. Ob ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Käse rein haben wollt. Und welchen auch immer. Ich habe halt so Schätze. Die ein bisschen geschmacksintensiver sind. Ein bisschen salziger. Und auch relativ schön schmölzen. Die sind auf Soja- und Kokosnussbasis gemacht. So. Und meine Schatzi. Und meine Schatzi. Ich hole mir das dann da rein. Ich muss mir schnell. Passt. Da rein gutzen. Jetzt darf ich ihn anlegen. Und dann machen wir die Schatzi. Alleine die Soja ist schon sehr delikat. Und dann sagt. Delicious. Awesome. Awesome, wenn man in Oberbayern sagt, ja. So. Dann fördern wir die restlichen Schräts drüber. Und das kommt jetzt bei 180 für ungefähr 35-40 Minuten. Dann sind wir wieder weich. So meine Lieben. Jetzt haben wir ihn aus dem Ofen gefahren. Und er riecht total gut. Oben schön knusprig. Schaut total cremig aus. Auf den freue ich mich jetzt. Jetzt werden wir da mal. So ein schön Stückchen auszuschneiden. Schauen wir mal wie ich ihn rieche. Heiß. Heiß. Ja, wie gesagt. Ich bin beim funktionieren. Und außer da nicht halb ich so geschickt. Aber das macht nichts. Er schaut auf jeden Fall total gut aus. Wichtig ist, dass er schmeckt. Das werden wir gleich mal testen. Heiß. Mhm. Sehr heiß. Aber mega gut. Okay. Ich wünsche euch jetzt. Gutes Gelingen beim Nachmachen. Mit der Kokosmilch. Das macht ihr ganz was Späzen. Okay. Ganz was leicht nussiges aus tun. Ist super. So pfiert euch. Und gutes Gelingen. Baba.